Habt ihr mir am Wochenende eine ganze Kringel Fleischwurst weggefressen? Ach Gott, denke ich, was hätte man denn sonst essen sollen? Meine Mutter ist finanziell gut dabei, aber bei ihr im Kühlschrank sieht's immer aus, als wäre Krieg. Sie kocht vorzugsweise Dinge wie Steckrüben. Da willst du nix mit zu tun haben. Steckrüben schmecken, als würde es in ihnen spuken. Oder Kohlrabi. Roh geht das Zeug gerade noch, aber gekocht riecht Kohlrabi, als hätte dir ein depressiver Clown in den Topf gekackt. Ernsthaft, da lutsch ich lieber Batterien. Aber am Samstag lag da so der Fleischwurst und da fragt man nicht groß nach, da langt man zu. Und schönen Tag noch. Also sage ich, bestätige.